Willkommen zu unserem Vergleich des sieben besten Saugroboter mit Absaugstation auf dem Markt. In diesem Video werden wir die Vor- und Nachteile jeder Maschine untersuchen und herausfinden, welcher Saugroboter für Sie am besten geeignet ist. Wir werden die Leistung, die Navigation, die Reinigungsfähigkeiten und die Zusatzfunktionen jeder Maschine untersuchen, damit Sie eine informierte Entscheidung treffen können. Lassen Sie uns beginnen. Der 360 Botslab S8 Plus ist ein beeindruckender Saugroboter mit einer starken Saugleistung von 2000 PA. Die Smart Navi 3.0 Navigation mit Laserscanning und Kartenerstellung ermöglicht es ihm, seine Umgebung schnell und effizient zu erkunden und Reinigungspfade zu planen. Mit seiner mehrstufigen Reinigungsfähigkeit, die sowohl Wischen als auch Absaugen umfasst, ist er in der Lage, Schmutz, Staub und andere Partikel gründlich zu entfernen. Der S8 Plus unterstützt auch Sprachsteuerung und kann über eine App gesteuert werden, sowie einen Zeitplaner und Selbstaufladungsfunktion. Der Saugroboter bietet insgesamt eine gute Leistung für einen guten Preis. Wer also genau dies sucht, sollte sich den Botslab S8 Plus definitiv genauer ansehen. Der Neabot Q11 überzeugt mit einer sehr hohen Saugleistung von 4000 PA. Ihre Böden werden gründlich von Haaren, Staub und Schmutz befreit. Teppiche werden automatisch erkannt, die Leistung angepasst und gründlich gereinigt. Das Gerät kann kehren, saugen und wischen. Der Schmutz sammelt sich zunächst im Roboter. Am Boden angekommen wird der Schmutz abgesaugt und in einen 2,5 Liter Beutel gesammelt. Dieser muss je nach Nutzung nach zwei bis vier Wochen ausgetauscht werden. Bei der Entsorgung des Beutels kommt man nicht mit dem Staub in Berührung, was vor allem für Allergiker ein großer Vorteil ist. Dank Laser- und 3D-Hinderniserkennung navigiert der Haushaltshelfer effizient durch die Wohnung. Abgründe, Möbel und Antrittgegenstände werden zuverlässig erkannt und umfahren. Die Steuerung erfolgt per App oder Sprachbefehl. In der App können Sie unter anderem Sperrzonen einrichten, sowie Reinigungszeiten und Pläne hinterlegen. Ein toller Roboter für einen guten Preis. Der Saug- und Wischroboter D-Bot N8 Plus von Ecovacs erkennt Hindernisse mit Hilfe eines Lasers und einer zusätzlichen Kamera. Letztere ist für kleine Objekte auf dem Boden gedacht. Die Reinigung soll zuverlässig und dank eines hohen Unterdrucks von 2300 Pascal effektiv sein. Ein Blick in die Rezensionen bestätigt den Eindruck. Käufer loben die Reinigungsleistung und die zuverlässige Navigation. Lediglich die Wischleistung fällt durch. Das ist nicht verwunderlich. Aufgrund des geringen Gewichts von Haushaltsrobotern kann nur wenig Druck ausgeübt werden. Für leichte Verschmutzungen dürfte das Gerät auf jeden Fall geeignet sein. Positiv ist, dass man die Wassermenge je nach Bodenart einstellen kann. Nach der Arbeit entleert er den Schraubbehälter an der entsprechenden Station selbstständig. Der dafür vorgesehene Behälter hat ein Fassungsvermögen von zweieinhalb Litern, sodass er nur selten geleert werden muss. Praktisch ist auch die Bodenerkennung. Erkennt der Roboter einen textilen Untergrund, maximiert er seine Saugkraft. Last but not least dürfen Sie sich über einen niedrigen Schalldruckpegel von 67 Dezibel freuen. Ohne Saugstation finden Sie den Roboter unter der Bezeichnung EcoVex D-Bot N8. Der Dreamy D10 ist ein fortschrittlicher Saugroboter, der sich durch seine starke Saugleistung von 2000 PA und seine Smart Navi 3.0 Navigation mit Laserscanning und Kartenerstellung auszeichnet. Mit seiner mehrstufigen Reinigungsfähigkeit, die sowohl Wischen als auch Absaugen umfasst, ist er in der Lage, Schmutz, Staub und andere Partikel gründlich zu entfernen. Der D10 unterstützt auch Sprachsteuerung und kann über eine App gesteuert werden, sowie eine Zeitplaner- und Selbstaufladungsfunktion. Ein besonders beeindruckendes Feature des D10 ist die Möglichkeit, die Reinigung in bestimmten Bereichen durch die Anrichtung virtueller Wände zu beschränken. Wer nach einem fortschrittlichen Saugroboter mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis sucht, sollte den Dreamy D10 definitiv in Betracht ziehen. Mit dem D-Bot X1 Omni von Ecovacs erhalten Sie einen saug- und wischstarken Roboter, der sein Schmutzwasser selbstständig abpumpt und den Staub in einem Beutel entleert. Auch das Nachfüllen des Wassers übernimmt der Alleskönner bis zu einem gewissen Grad für Sie. Lediglich die Behälter der Reinigungsstation müssen regelmäßig gereinigt bzw. nachgefüllt werden. Dafür reinigt und trocknet der X1 seine effektiven rotierenden Wischtücher selbst. Das Mapping erfolgt schnell per Kamera. Für 8 Räume benötigte er laut Anwenderberichten nur 15 Minuten. Danach erkennt er zuverlässig Ecken, Kanten und sogar den versehentlich vergessenen Turnschuh. Die Steuerung erfolgt bequem per App oder Sprachbefehl. Problematisch wird es nur bei niedrigen Möbeln, da der Roboter aufgrund seiner Höhe nicht darunter arbeiten kann. Trotzdessen bietet der Ecovacs D-Bot X1 eine tolle Leistung für einen ausgewogenen Preis. Der Dreamy L10S ist ein fortschrittlicher Saugroboter mit einer starken Saugleistung von 2000 PA. Die Smart Navi 3.0 Navigation mit Laserscanning und Kartenerstellung ermöglicht es ihm, seine Umgebung schnell und effizient zu erkunden und Reinigungspfade zu planen. Mit seiner mehrstufigen Reinigungsfähigkeit, die sowohl Wischen als auch Absaugen umfasst, ist er in der Lage, Schmutz, Staub und andere Partikel gründlich zu entfernen. Der L10S unterstützt auch Sprachsteuerung und kann über eine App gesteuert werden, sowie eine Zeitplaner- und Selbstaufladungsfunktion. Ein besonders praktisches Feature des L10S ist die Möglichkeit, Reinigungszeiten individuell einzustellen und die Reinigungsintensität anzupassen. Wer genau dies also sucht, sollte den Dreamy L10S definitiv genauer in Betracht ziehen. Der Air Robot T10 Plus wird mit umfangreichem Zubehör geliefert, darunter eine Fernbedienung, Ersatzfilter, Ersatzbürsten und Ersatzstaubsaugerbeutel. Das Gerät ist mit einer Saugstation ausgestattet, die mit einem Fassungsvermögen von 3,3 Litern sehr groß ist. In dieser Station werden Einwegstaubbeutel verwendet, die hygienisch entnommen und entsorgt werden können. Für Allergiker und Asthmatiker ist diese Funktion besonders praktisch. Die Steuerung erfolgt wahlweise über die Fernbedienung, die kostenlose App oder einen Sprachassistenten wie Amazon Echo oder Google Home. Die App ist intuitiv bedienbar und bietet viele Zusatzfunktionen wie Sperrzonen und Reinigungsplanung. Einziges Manko, Steigungen sind für den Saugroboter kaum zu überwinden, zählt Türschwellen von 1,5 cm schafft er nicht. Insgesamt ist der Air Robot T10 Plus jedoch ein leistungsstarker und zuverlässiger Saugroboter, der viele nützliche Funktionen bietet. Nachdem wir uns die sieben besten Saugroboter mit Absaugstation auf dem Markt angesehen haben, hoffen wir, dass Sie nun eine bessere Vorstellung davon haben, welcher Roboter am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Jeder Saugroboter hat seine eigenen Vor- und Nachteile und es ist wichtig, Ihre Anforderungen sorgfältig zu prüfen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Vergessen Sie außerdem nicht dem Video, sollte es Ihnen gefallen haben, einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren, um keine spannenden Technik-Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank, dass Sie sich unser Video angesehen haben.